Ok, dann wechsle ich nochmal Charakter. Oh ne, wir bleiben jetzt erstmal er hier. Was ist eigentlich mit seiner Ausrüstung? Ah ja, wir bekommen einfach immer eine neue Monado-Version. Sohn. 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 Wir haben noch zwei Glattöl. Alkiona, was sind denn Klingenspulpen? Wir haben noch zwei Glattöl. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war ein langer Dungeon, aber heute irgendwie entspannen. Okay, Bosskamp, let's go. Das ist eine große, große Arena. Aber das hat bei so einem Spiel ja eh nichts wirklich zu sagen. Das ist eine große, große Arena. 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 Naja, wir müssen ihn ja nur da rausschneiden, ne? Das haben wir schon mit Fiora gemacht. Ach, ich kann dann sowieso die Gruppe verwalten, wenn's darauf ankommt, einen Bossfight zu haben. Ich bleib bei dem Tief. Oh. Oh. Das ist mal ein interessanter Bossfight. Nein. Aber das ist auch ein Sniper, der. Ach, aber da erkennen sie die Stimme, ne? Jetzt muss sie wissen, dass da jemand drinsteckt, ne? Ja. 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 Ich habunächst die Luftreache gewonnen. Ja. Das war Para bete nicht. Ah! 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 Was ist das? 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 Was ist das?